Musik Hi Leute, hier ist der Lego-Fan Und was ihr hier seht, das sind eine ganze Menge Pistentüren Um genau zu sein, sind es fast 60 Stück Die wurden allerdings nicht von mir gebaut, sondern von... Ghibilo, Ghibilo, oder... Ghibilo, ich weiß nicht, wie man es da ausspricht, ist Französisch Ähm, ja, der hat das Ganze gebaut Und generell ist es ein sehr, sehr cooler Typ, der, ja, mich ziemlich viel supportet hat In letzter Zeit, also einmal ein riesengroßes Dankeschön an ihn Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir uns die ganze Welt mal kurz an Mit ein bisschen fancy Musik und so Outro Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020